Sieben Stück, 20 Rüstung. Ja, das sieht gut aus. Ja, bis jetzt ist Extraction Point genau das, was 4 auch war. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich auch mal erwähne, wo wir genau lang müssen und was wir genau machen müssen, dann geht das ja wieder einigermaßen, weil ich glaube, im Original habe ich immer diese ganzen Intervall-Screens übersprungen, habe dann aber auch nicht gesagt, was genau das Ziel ist und so sind wir eigentlich sinnlos durch die Gegend gerannt die meiste Zeit. Oh, nicht schlecht. Wie hast du überlebt? Ich bin nicht Alice Wade. Was ist das? Reflex. Ah, okay. Reflex boosts your permanently improve your reflexes, allowing you to use slow motion longer. Okay, das heißt, wir füllen langsam wieder auf. Es braucht nur langsam. So, wenn das hier immer so verwinkelt alles ist, dann nehme ich mal die Pumpgun. Saving Checkpoint. Da brennt's, da geht's nicht lang. Oh, Holiday. Ich dachte, ich dachte, wir waren sicher, dass du da war. Aber es gibt noch Zeit für das, glaube ich. Geh in die Geburt, ich will dich auf der anderen Seite treffen. Weg, 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 weg. Oh, das ist ja, 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 das ist ja. Ich übernimm zwar ein bisschen was, aber ich verlasse mich da jetzt lieber nicht vollständig drauf. Holiday, du lebst noch? Holiday? Da kommt noch mehr von denen. Ich glaube, hier ist eine Pumpgun nicht so geeignet. Wie lange machen wir das jetzt hier noch? Kommen die immer wieder, weil ich mich bewegen muss? Oder ist das jetzt einfach nur eine vordefinierte Anzahl von Gegnern? Was, Holiday? Wollte eigentlich auf mich aufpassen, ne? Quick-Safe das Ganze mal. Und jetzt auch noch irgendwie weiter? Naja. Sehr gut. Und mit der neuen Rüstung, das glaube ich, abspeichern ein bisschen sinkend wird. Boah, das hat den Kopf abgerissen. Ja, die Pumpgun ist schon heftig. So, hier nochmal nachfüllen. Jetzt nicht weiter. Ich glaube, wir müssen zu Holiday, oder? Also direkt zu ihm. Ja, also wir haben ihn jetzt zwar gesehen, aber wir können jetzt mit ihm nicht uns treffen, sondern wir müssen jetzt weiter machen. Oh Gott, da sind sie noch. Ah, nein, 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 nein. Wir sind ja am feiern, der Hall. Ihr könnt ruhig die Granaten behalten, ich brauche die nicht. Oh, da sind sie. Wir müssen versuchen, irgendwie mehr in den Kopf zu treffen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Quick-Safe allzu blöd gesetzt. Na komm. Du weißt halt nicht, ob die tot sind, ne? Also die lassen sich nicht wirklich leicht beseitigen, die Kollegen. Wo ist diese Quon? Ich meine, das ist unser Ziel. Wir müssen nur gucken, dass wir Quon treffen. Geht's da weiter? Ah, sehr gut. Reflex permanently boosted. Das heißt, wir haben jetzt mehr Slow-Mo. Vielleicht mal einen Grund abzuspeichern. Wer war er denn jetzt? Nur normaler Arbeiter, oder kommt da jetzt wieder irgendein Blödsinn mit dem? Ich bekomme Informationen von all over the city. There are still pockets of Delta Force out there. We're trying to set up an extraction point at a hospital a couple of miles from here. Auburn-Mamorten. These Freaks are everywhere though. I'm not far from there. Gut, okay. Quon ist auf dem Weg zum Krankenhaus. Das heißt, wir müssen da auch hin. Wir haben alles auf 100% oder wenigstens. Ist ja auch nicht schlecht. Da war ich nochmal ein Quick-Safe. Und dann springe ich mal hier aus dem Fenster. Na komm. Ja, ich weiß 100%. Das möchtet ihr gar nicht. Da war doch irgendwo einer. Das darf man halt nicht erwähnen. Was? Der hat 100% Leben und 100% Rüstung? Naja, so geht das nicht. Kann man hier was machen? Ne. Hier ist der Container umgekippt. Und steht somit im Weg. Das heißt, hier müssen wir gucken, dass wir wahrscheinlich an der rechten Seite vorbeikommen. Da wurde er auch auf uns geschossen. Da gehen mal so viele Granaten rum. Ich treffe mal eine da hin. Gut, wenn man rausfinden will. Oh Gott. Rausfinden will, wo die stehen. Granate werfen. Hello. Wo seid ihr denn jetzt? Da unten ist einer. Den habe ich ja schon mal gesehen. Der hat schon auf uns geschossen, als wir hier runter kamen. Gut, jetzt war es. Der ist tot. Da sind sie jetzt alle. Kommt der jetzt her. Ist das Verstärkung oder? Bisschen die Befürchtung, dass die jetzt hier wieder eine neue Busladung bringen. Das ist kacke. So, drei Granaten. Mein Gott, wie viel braucht der denn noch? Den hätten wir schon mal. Oh, da war noch irgendwo einer. Die kennen ja noch die Jungs. Das sind die, die man nur mit Slow-Mo am besten machen sollte, weil die halt extrem stark gepanzert sind. Und die haben glaube ich so eine, ich würde jetzt nicht sagen Nagelpistole, aber die haben halt irgendwie so eine krasse Waffe, die ziemlich nervig sein kann, wenn man sie nicht selber benutzt. So, ist er noch da? Ja, das ist er. Ja, 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 ja. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Just for fun. Weil damit kann man ziemlich viel Schaden machen und sollte jetzt noch mal so einer kommen. Das ist echt heftig mit dieser Pumpgun. Sollte noch mal so einer kommen, kann man den damit besser bekämpfen. Ist nicht weiter. Ach, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Quick-Saving. Sollten wir jetzt, wie gesagt, öfter machen, weil uns das natürlich ermöglicht, so eine Situation, die wir nicht so geil lösen, einfach nochmal neu zu starten. Gehen wir davon aus, da ist keiner mehr drin, oder? Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, oh. Ah, ne fürchterliches. Okay, da kommen wir nicht rein. Und wieder Unschuldige. Ach Gott. Auch immer Unschuldige dabei sterben müssen. Die nichts dafür können. Das war so einer, oder? Ne. Was ist das? Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist aber ziemlich treffsicher. Haben wir's? Sehr gut. Einen Gott. Jetzt haben wir hier schon wieder so eine komischen Schussanlagen. Ich kenne aus dem ersten Teil. Das war jetzt auch schon ein bisschen nervig mit diesen Kameras. Unknown Origin. Ist das ein Minen, oder was ist das? Ich lauf da einfach drüber. Okay. Wir können Minen verteilen. Vielleicht sogar eine gute Idee. Weiß aber nicht. Aber nicht zu lang warten. Kann sein, dass mich verspäht. Wo sind denn die? Die haben mich schon wieder geortet. Dabei weiß ich nicht mal, wo die sind. Dann quicksafen wir mal. Ich hab das jetzt ein paar Mal schon machen müssen, die Stelle. Weil die extrem anstrengend ist. Oh, da unten ist er. Wo sind wir jetzt hin? Da ist er. Müsste da sein. Oh, shit. Looks like you got about 20 of those test tube motherfuckers heading your way. Hey, if you got any more tricks up the sleeve, I try them now. Nicht cool. Oh, ich hab keine mehr. Mist. Das sind aber irgendwie Kack-Dinger, finde ich. Die machen irgendwie Staub und so und du siehst nichts. Aber wirklich helfen tun sie dir nicht. Ich fühl's das einfach erst mal so. outta mich. Und du siehst es, Die Idee kam ich nämlich noch nicht, mich einfach hier zu verschanzen. Um davon abzuwarten. Komm, lacht auf. Weil die würden mich ja jetzt alarmieren. Bis jetzt läuft noch ganz gut. Ich lasse jetzt einfach zu mir kommen, ich werde jetzt nicht mehr da rausgehen aus meiner Deckung. Scheine funktioniert zwar. Ich lasse jetzt einfach.